ich mach mal kurz was ja okay du mal speichern ich habe kein zugespräch aber safety first safety first na ja ja wie viel prozent haben wir so eigentlich 20 17 ja bist du auch weiter als ich ne ja gut klar das freut man einfach zu mehr als ich sehr gut ich hab den den da oben und welchen habe ich noch mehr und also den hier und ja genau und den da oben den neuen also den christian nur wenn du den den one überbietest werde ich dann wahrscheinlich noch machen aber guck mal du hast bist jetzt ziemlich nah wieder dran also entgegen und dann kommen für die tastisch ja ja so wenn cheater bestraft nein 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 lass mich in ruhe nein das ist immer wieder schafft hör doch mal auf voll den vogelschnabel so klein zu kleines piepmetze gefüttert werden möchte das weiß ich irgendwie habe ich schon geahnt dass ich das finde ich kann mir erst mal schaue das klappt jetzt muss er immer hier moment vorsicht kotkopf gleich ist ein kotkopf gleich ist ein kotkopf gleich starte kotkopf 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 nehm und den arsch da ist es doch gewesen da was die kleiner aussie war das wieder schlecht waren wir klar aufwärtig will nicht vielleicht die alte Pussy vielleicht ist es so dumm weil er ein wichser ist nein gib mir doch die Fass wak 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 es ist ernsthaft aber ich muss sagen du bist wirklich so BCCDC BCCDC? BCCDC ja das bin ich eindeutig und ich bin ein XSKUKA ein Xylophon-Takten-Queer-Kicker ja eindeutig jetzt ich will das Ding da nur haben aber vor allem du sieh auch voll kaputt gelacht aber gestern immer gib zu wie kann man so komische Namen machen? keine ahne ich dachte so du kannst mit Xylophon ja ich weiß ich dachte einfach nur so ach komm bevor du Flash einträgst und ich dachte das nachher so für uns beide nachher dann machst du einfach weißt du da kann niemand meckern ja jetzt wird's geil das Schlimme ist mit dem zu treffen ja ich weiß ich weiß sogar nicht ob du direkt runter werfen kannst Ich weiß auch nicht Nein, nicht die Fässer Ja Und warum bin ich eigentlich gerade gestorben? Warum? Hat mich die Fässer so erschreckt? Ich glaube, ja Oh! Mann, warum? Jedes Mal dasselbe gerade Das wird sehr interessant damit Warte, sie kommt wieder runter, sie macht wieder den Fahrstuhl für dich Oh! Komm, sie macht wieder den Fahrstuhl für dich Mann! Oh! Haben wir gespuckt? Ah! Vielleicht müsstest du dich mal konzentrieren oder so Ich mach das doch, aber irgendwie Ah! Mach das dann nur Uh! Ich war das nicht Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich hab mein Eigenheim! Geh weg! Ich hab... Frauen und Kinder zu versorgen Ne, ich nehm dich Okay Wie war das nochmal? Ach ja Genau Ne, ich will nicht Okay, euch kann ich nennen Eins Drei Eeeh Selbst steuernde Fässer sind der größte Rotz in diesem Spiel Geh weg! Müsst du besommern Ah, wirklich Kann man nicht ausschlucken? Warte, mach ich auch? Ach ja Ich hab ne Waffe Spritz! Ne, wo muss ich denn weiter hier? Ah! Hier, hier muss ich weiter Hier ist ein N Das N heißt immer Es geht nach unten! Naja Geh weg! Ich hab Spritz! Oh, guck mal wie nöfig Guck mal wie süß! Hallo! Naja Für mich auch Komm, das war doch süß! Das war doch sehr süß! Ne Ah ne Ich will die Biene hintreffen Okay, sie ist bestimmt tot Okay, sie lebt noch Ich bin gut Ich bin gut Oh, geh weg! Ich hab Gefühle Zum Ausdruck zu bringen Die hast du nicht Spritz Spritz Du hast keine Gefühle Das haben wir nur behindert Spritz Oh, ich hab alles aufgespritzt Ich muss neu aufspitzen Ich muss neu aufspitzen Das war meine Botox Mein Botox Nee, ich sehe Hast du wieder am Handy schreiben? Nein 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 Hallo! Wenn das! Usch! Usch! Meint ihr zu meinem Bruder Er braucht nicht extra aufbauen und gucken Aber wenn er Langeweile hat, kann er es ja trotzdem machen Usch! Usch! Ich weiß das noch nicht Ich weiß das noch nicht An dieses komische Grinsen Hallo! Wollen wir nicht Freunde werden? Schlimm, jetzt ist das Fass auch weg Ja, ne Und du bist behindert, Flösch Ich hab geschafft! Männers Yeah! Ich will nur die Seiten aktualisieren Oh, weißt du was? Wo ich denke, er sterbt Mit ihr? Versuch's mit dem Als erstes Maaan Okay Er hat tot gemacht Tot? Das ist aber das falsche Spiel Er ist tot gegangen Da hat man gemacht Ja, hart mit Weiß gar nicht, wie oft muss man das Scheiss getrehen Fünf Fünf oder viermal Und jetzt noch zweimal Vielleicht macht's einmal Spookies Kommt's angejumpied Kommt das wieder runter Ja, das musst du nehmen Jetzt macht's ja nochmal Spookies Jetzt macht's ja Spookies Nein, kam sie nicht Nein, kam sie nicht Machst du nochmal Spookies Wir sind meistens immer in die andere Richtung Machst du nochmal Spookies? Das war eine Kombo Scheiße war das Sie hat dich Und das Fass zerstört Nee, ich hab's gemerkt Ja, ist das Fass zerstört Mich Fisch 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 Ich mag das nicht Ich krieg gleich wieder das Heulen Hier, Fries 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 Komm Nein, nicht fressen Fries Nicht fressen Nicht fressen Ach ja Fries Oh, Fries Du weißt ja, alle guten Dinge sind fünf Immer bei Donkey Kong War das fünf jetzt? Ja, ist der fünfte Versuch Das schaffst du Guck mal, der hat Rolling Stone Wärisch Wärisch Mach Popel 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 Nein Du musst sie verstecken Weil Die geht immer die Richtung Wo die zuletzt in die Richtung gegangen ist Deswegen Wär da egal Ich zeig's ja nur Mach doch so ne komische Fratze denn Jaja Die hat Bei Micky Mouse auch gemacht ok weswegen und die fressen sahen wirklich genau gleich aus und ich weiß nicht ob das mit dem beispiel früher auskam oder nein nein doch geht da nein doch du hättest einfach nur hinten stehen bleiben müssen schon da war das spiel voll sexy ja ja das spiel ist sexy warte doch einfach nein ich habe angst zu warten ich kann doch nur einfach auf den kopf fallen ach jetzt mal spookies spookies warte doch einfach ja und er hat es geschafft hast du gerade gesehen wo die raus kam eigentlich ja das ist total komisch dass man einfach nicht reingehen kann um zum gegner weg zu kommen die haben sie wahrscheinlich noch ein loch reingegraben weil die fette spinne war das war die ja gut ich sag jetzt nicht aus welchem loch die raus du musst dir mal das gesicht des fisches angucken wenn es komplett normale fische gefressen hat ich weiß ich kenne das das denkst du ja noch haja geil oh wie viel high der ist wieder die oh ja ich komm gleich oh das schmeckt so geil da habe ich nicht drauf geachtet wir sind so fertig ne ja den darf auch fressen geh weg Nein, den frisst er aber. So müß, ne? Nein! Nein, nicht Fressi! Doch, Fressi. Und du beißt ihn in den Arschi. Ich glaube, er ist bei Superrot ist er dann. Ach nee. Wenn super cool bist, das wissen wir. Bin ich jetzt hier für 3 Bananen hochgegangen? Ja, aber dafür hast du auch zu 85 Bananen jetzt. Aber Seth mit seinem Spiel, was er machen will, ne? Nein! Äh? Ja. Das Code-Spiel? Code-Spiel. Also, er hat auch ein Code-Stunden-Spiel. Jeder will das Code-Stunden-Spiel! Das war knapp. Das könnte ich eigentlich sein, der frisst den ganzen Zeit. Ja. Du frisst ja auch alles. Was essbar ist. Ja. Ah, vielleicht ist verfressen. Du hast nicht Fressi da oben gemacht! Hier! Oh! Ach, warte! Warte doch, du! Ich lässt ihn das auch noch fressen. Man ist echt dumm. Klar. Dum daum 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 da daum daum da da daaum da 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 D Nein, ernsthaft, wie noch friss ich das? Ernsthaft, noch friss ich Ernsthaft Kohlstuhle Operation Kohlstuhle, ich find das für geil Kohl auf Kohlstuhle Hm Fleisch auf Kohlstuhle Mach doch nimmer fress ich, NEIN! Awww Oh Fiesch Der soll dich beißen Na tschüss Maaan Tschüss hab ich gesagt Och Maaan hab ich gesagt Ist das sie gar nicht wahr? Ah, ich hab kurz gesagt So Ich hab kurz gesagt, irgendwo muss er denn Alter, Klotkopf sein Der Klotkopf? Das Klötenvieh Hallo? Guck mal gleich, ob der Zubaut sich gemeldet hat Ja, krieg niemand Der lebt, der lebt Der lebt